Und siehe da, es kommt doch immer wieder zu Ereignissen, Erscheinungen, die nicht so mit normalen Argumenten zu erklären sind. Ich gehe jetzt an einen ganz besonderen Ort, den wir so wahrscheinlich noch nicht zu sehen bekommen. Bei den Pfadfindern haben wir gespielt im Wald und die Bunker waren Teil dieses Waldes und Teil unseres Spielraumes, den wir als Knaben benutzt haben. Untertitelung des ZDF, 2020